Als Highlight müssen sie dann zum Fluss gehen, wie noch hinfallen sie lassen. Das ist ein Anlaufsnetz, hinten drüber, nicht drüber, dass du von dem Fluss fährst. Jürgen, der Vollprofi. Jürgen kann einfach alles. Jetzt bin ich zu schnell in die Kurve gefahren, deswegen bin ich gestrauchelt. Ich muss vorher ein bisschen abbremsen. Wenn du anfängst, piepst du recht schnell, oder was? Oder was anderes, was du piepst? Die Vögel piepsten. Wie viel schneller werde. Ich probiere den Fußgänger zu bauen. Hast du das Auftrag? Ja. Ja. Cool. Das reicht. Das ist das, was du. Ich hab dir das.